Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Gestern Mittag machte Schalke die Verpflichtung von Rodrigo Salazar offiziell, die Kaufoption wurde gezogen. Er bleibt damit laut Vertrag bis 2026 Schalke. All das war ja nicht ganz zu überraschend. Es war generell ein Transfer, der bedingt durch die Ablösezahlung eigentlich eher verschoben wurde aus dem letzten Sommer. Und somit war das relativ klar, dass diese Kaufoption irgendwann gezogen wird. Schalke greift ja sozusagen jetzt auf die festgestellte Kaufpflicht zurück und die ist wohl gekoppelt an Einsatzminuten. Deswegen sprechen wir mal ganz kurz über die Details. Denn sollte Schalke aufsteigen, liegt die Gebühr wohl bei circa anderthalb Millionen Euro. Mit Prämien kann diese auf zwei Millionen Euro ansteigen. Klappt das nicht, wird ein mittlerer sechsstelliger Betrag fällig. Laut der WAZ zahlen wir dann rund 500.000 Euro für Salazar, sollten wir Zweitligist bleiben. Und wir alle kennen sicherlich schon den Haken an diesem Detail oder an diesem Deal. Denn Frankfurt hat ja eine Rückkaufoption. Die gilt es auch noch weiterhin. Deren Summe ist aber natürlich logischerweise höher als unsere Ablöse. Sprich Gewinn würden wir rein ablösetechnisch auf jeden Fall machen. Es soll wohl bei circa 300 Euro liegen. Laut Informationen von der Bild oder auch von der WAZ kann sie aber ausschließlich im Sommer 2023 gezogen werden. Sprich, wenn Frankfurt ihn zurückholen möchte, dann geht das nur im nächsten Jahr. Eine Zukunft bei der Eintracht ist aber unrealistisch. Denn wirklich Interesse an einer Rückkollaktion scheint weder die Eintracht, aber vor allen Dingen auch nicht Rodrigo Salazar zu haben. Für Frankfurt wird sicherlich nur Sinn machen, ihn weiter zu verkaufen. Vielleicht gibt es aber auch da die Möglichkeit für uns Schalke, die Rückkaufoption einfach abzukaufen für eine gewisse Summe. Auch das ist ja nicht unnormal. Salazar fühlt sich nämlich im Pott auch pudelwohl, will auch gar nicht weg von Schalke. Auch seine Freundin Emily aus Mainz will jetzt wohl auch zu ihm ziehen. Also auch privat läuft es bei ihm ganz gut. Und somit können wir uns darauf verlassen, dass Salazar auf jeden Fall im nächsten Jahr bei uns spielen wird. Und bei Frankfurt liegt die Zukunft wohl eher nicht. Eure Meinung zu Salazar's neuem Vertrag gehen mal in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao. Und Glück auf, Anale Schalker.